Hallo, mein Name ist Andreas Stark, Business Development Manager von Hohmann Food Service und bekennender Soßen-Fan. Ich verrate euch ein Geheimnis. Viele unserer Kunden kamen auf uns zu und haben gesagt, entwickelt doch mal ein Ketchup für Profis. Wir haben ein Ketchup entwickelt, nur besser. Wir haben alles das reingetan, was reingehört und alles das rausgelassen, was nicht reingehört. Einfaches Handling in verschiedenen Größen. Das Rezept für eure Kreativität. Ab sofort von Hohmann Ketchup für Profis. Das Beste, was einer Tomate passieren kann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020